ja hallo erst mal und wieder herzlich willkommen auf meinem kanal entschuldigung in der letzten folge sind wir hierher gekommen wir sollen ruts klaren mitglieder töten und da unten ist ein eingang der letzte folge war auch relativ kurz sag ich mal kommen von da aus von der treppe ran wir versuchen es mal ein leingang also kann sein dass wir auch jetzt ein bisschen länger brauchen oh hier gibt es eisenerz ja so und der tarnkappe auf tarnkappe ja ja freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt oder du oder sie männlich weiblich so wir versuchen mal da rüber zu kommen ohne dass wir entdeckt werden sollten wir der ding kommen wir gehen mal hier lang sieh glaube ich am besten aus ja 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 das wird er wohl tun homilie fangen wir jetzt nicht runter er soll noch rüber springen ihr knaller naja denn eben so ne holi schön elegant rüber springen und dann geht er ins wasser na der ist ja doof ok macht nix so hier ist nicht niemand sehen nein habe ich auch schon gesagt hier darf uns keiner sieht mal sehen ob wir das angreifen müssen komplett oder ob wir das alleine hinkriegen ohne unsere verbündeten gehen wir hoch äh äh müssen wir tarn gut hopp wo ist der eingang? hier ne äh äh ja wie gesagt das kann jetzt auch längere geschichte werden so töte rüts klar mich wieder alle töten oder sie sollen noch ein feuer entzünden oder macht der junge dann alleine äh äh ja ja so mal sehen ob wir das hinkriegen gleich ein Schatz hier das ist gut ok ok so ne der eisenärzt gut 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 Silbe und hier gibt es auch noch nicht Fähigkeit äh Fähigkeit äh 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 ich lass das Licht mal aus mach lieber so dann sieht man das ja auch ob man da kommt man da hoch oder ich komme durch nochmal gucken ne da oben ist gut gut aber ich denke mal die Schlüsse brauchen wir um 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 die Fähigkeit oder Fähigkeit zu kriegen aber wer weiß wer weiß wer weiß jetzt uuuuuhh fahren wir auf wenn wir hier mal kaputt hauen gut Hier ist nichts. Ich habe einmal umsonst kaputt gehauen. Na ja, gut. Okay, wir hören zwar nichts, aber wir sehen ja, was sie sagen. Wir sind schon mal hier, in unserem Revier. Huch, da ist ja einer. Ich hoffe, es ist nicht aufgefallen. Die müssen da irgendwie hochkommen. Ohne entdeckt zu werden. Oh, da sind auch noch welche. So, hier ist die feste Höhe. Das wird er doch alleine machen. Ich dachte, die kommen mit. Aber anscheinend nicht. Da oben steht auch einer. Oder nicht, mit Schild, ne? Äh. Äh, komm, auf den Kopf, auf den Kopf, ein bisschen, ein Tick höher. Oh. Okay, jetzt kommen sie aber angelaufen hier, oder? Was da drüben? Alles gut. Wir sind versteckt. Noch hat uns keiner gesehen. Aber Attentat können wir machen, ne? Ah, so. Oh Gott. So, sie haben noch getarnt. Ja. Da waren einmal zwei, ne? Huh. 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 Okay, da hinten. Ja, 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 ja. Hör auf zu schießen, hier ist keiner. So, er schießt in die falsche Richtung. Hö, 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 hö. Der wird nicht erkannt. Oh. Oh. Hä? Wo kommt der her? Immer noch von da hinten? Mag er cold? Lass das sein. Sonst komme ich zu dir und mache dich fertig. Oh, ja. So natürlich nicht, ne? Uh. Okay. So, Räupfe, werden wir hier schon mal fertig. Uh. Ah. Das waren die Wachen. Okay. So, da hoch, ne? Da unten liegen Schätze, die würde ich gerne haben. Kriegst du aber nicht, Terra. Ah, ah. Weil du so ein Lootgeier bist, kriegst du die nicht. So. Da hinten ist noch eine. Wollen wir mal ein bisschen taktisch vorgehen, ne? Versuchen zumindest. Ihr wisst ja, Terra und seine Taktik, ne? Der ist an Pissen. Gut. Huh. Huh. Hier drinnen? Komm wieder rein. Ja. Gut. Oh. So viele Brandfässe. Oh. Da ist ja einer. Oder zwei. Ja. 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 Fertigkeitspunkte. Gut. Machen wir später. Sind ja stark genug hier für das Ding. So. Reich. Tu mal warum. Das ist schon mal gut. Ach. Hier ist der Schlüssel. Ich bin hier! Hilfe! Hilfe! Ach. Da unten. Ok. Ich seh schon. Ich seh schon. Wir können Brandfass nehmen. Hilfe! Oder den. Ich wollte gerade sagen, der ist natürlich besser. Der brennt hier nichts. Hör auf zu brennen. Die sind unter uns. Ja, wir müssen da eh hin. Da ist auch die fertige Fähigkeit. Uh, ja. Aber hier oben sind noch irgendwo welche, oder? Ich brauche Hilfe! Ja. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Oh, das bin Rollerkleiterin. Das hasse ich für die PES. So, ja. Und nach da. Und dann soll man ja B drücken, ne? Aber... Hilfe! Bitte, Herr, bitte! Ja, ich komm doch schon. Ich komm doch schon. Aber da ist noch einer, ne? Wie draußen? Nee, der ist noch tiefer. Oh! Kampfheben, oder was? Ey! Ey! So, bevor du mich auch angreifst, töten wir dich mal. So. Äh... Okay, warte. Äh... So. Ja. 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 Zur Seite. Sag ich doch. Buch des Wissens war wieder eingeschlossen. So. Und dann kriegen wir jetzt... Rennen und Packen. Stufe 2, oder was? Ja. Ja. Ja gut, das haben wir ja nicht drinnen. Ähm. 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 Ja. Wäre vielleicht... Können wir auch irgendwann mal testen. Aber noch brauchen wir es nicht, glaube ich. Ah. Hier. So. Wieder eine Rüstungsruhne. Irgendwas mit Gift. So. Haben wir das schon eingesammelt? Ne. Na, da können wir wieder hoch, ne? Oder hier? Ja. Ja. Ja, hoch mit dir. Hoch, hoch. Evoa. Evoa. Evolyne. Ja, hoch mit dir. So. Äh. Oh, ja. Sorry. Helft mir! Mein Gott, so helft mir doch! Hey was! Ey! Hey! 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 Du auch. Wir machen mal eine Falle. Weil wir ja nicht wissen, was hier noch passiert. Gut, dass wir letztes Mal auch noch einen Brandwiderstand reingemacht haben. Was ist hier? Ja, hier oben. Ich weiß. Wir kommen ja schon. Äh... Nur wenn wir euch rauslassen, macht wieder hier bloß Ärger. Passt auf. Bitte! Hilf mir doch! Hä? Wo schreit der denn? Wo schreit... Noch einen höher? Warte mal. Komm wieder hoch. Oh, hier liegt einer und schläft. Gott. Das hätten wir auch. Und wo schreit der? Dass er hier unten war? Nicht. Na gut, gehen wir mal wieder her. Hup! 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 Bitte, Herr, bitte! Hilfe! Hä? Wo schreit der denn? Frage ich mich gerade. Oh, da sind auch noch zwei. Kriegen wir von hier an visiert? Ne, ich glaub das auf dem wieder runter, ne? Äh... Okay. Ich trau mich immer nicht runter zu klettern, weil ich nicht weiß, ob ich spring oder fliegen oder so, ne? Naja, gut. Ja. Ja. Auf zu schreien, die kommen auch irgendwann mal. Wart mal ab. So, ich muss mir nur... ... Hup! Das ist auch noch eine. Gut. Hö, 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 hö. Das Feuer sollen wir entzünden, oder wat? Die sprachen noch irgendwie von Feuer, ne? Oh, da ist noch einer. Komm mal runter. Also einer ist noch. Den müssen wir noch erledigen. Okay. Da machen wir da. Da machen wir da. Da oben. Das waren alle. Sobald das Feuer brennt, sollen die letzten von Rütsmännern kommen. Gut. Äh. Also jetzt haben wir erstmal sturmfrei. Sturmfrei. Dann sollten die an die anderen kommen. Gibt es hier keine Schätze mehr? Und wo ist er denn? Da waren sie nicht. Weil hier ist auch nichts weiter. Hier bin ich. Ja, ich schädig zwar, aber... Ich weiß nicht, wo du bist. Tut mir leid. Dann müssen wir mal das Feuer entzünden. Gut. Huiiii. Doch. Komm unsere. Ja, ja. Ha, ha. Na, kommen sie. Kommen sie. Die Aufregung steigt. Huhuhuhu. Huhuhuhu. Oh, den schenkt mir einen Handel. Ein paar tote Männer zu meinen Füßen. Für das Reife ist Engler und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag. Äh. Ach ja, stimmt ja. Der war ja mit Gefahr. Oder? Ich kenne dich nicht. Musst du auch nicht. Du lernst mich kennen. Wart mal ab. Äh. Du brauchst mich auch nicht zu kennen. Siehste? Wende dich an den zukünftigen König. Nicht an mich. Machen wir mal so, ne? Wenn du Fragen hast, dann stell sie dem König von Est-Engler. Ja. Während du vor ihm kniest. Hehehe. Wer rief nach mir? Warst du es, Waldis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen? Nach fünf glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier. Ich rief dich röd. Du? Was warst der hoffnungsvolle König von Est-Engler? Und Waldis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von Est-Engler sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Dann müsste ich zurück nach Danmark, ohne etwas vorweisen zu können. Nachdem ich so weit gereist bin. Du bekommst mein Gewicht in Silber. Und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das Zehnfache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mache dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang. Nur du und ich. Um die Zukunft eines Königreichs. Ein Holmgang? Das überlebt er doch nie. Ich nehme an. Nein. Hä? Ich nehme an. Ein Kampf bis zum Tod. Est-Engler ist der Preis. Ihr habt es gehört. Na, okay. Jo. Oder kämpfen wir jetzt. Es ist eingehaselt. Das Feld ist bereit. Bei erster Gelegenheit. Führe Waldis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. Est-Engler braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Ich habe es geeint. Er forderte mich. Auf dein Zeichen. König der Schafreise. Oh. Ich bin bereit. Oh, oh, oh. Na, was kommt jetzt? Oh. Na, er war ja klar. Das schafft er nie. Und nach einem Sachsenkönig beugt das Knie. Aber er kämpft ein bisschen. Muss man ja mal lassen. Händ mich, König, bevor ich dich ausweide. Jo, mit einem kleinen Schweigen. Er kämpft war so dreckig. Ey, wir müssen helfen. König Ruud. Er fehlt, dass du stirbst. Ostwald! Oh, ja. Komm. Dürfen wir mal eingreifen, bitte? Händ mich, König. Händ mich, König. Watt du? Oh. Hat er eben noch ein Messer gehabt? Oder was war er denn? Kärz mit mir. Yay. Ich hole den Schuh hin. Okay. Ey! Na komm. He he he. Muss doch gucken wohin noch welche sind. Okay. Einfach mal durchtreppen hier würde ich sagen. Guck mal, es sind zu viele. Die laufen alle runter. Hä? Sind die alle weggelaufen oder was? Äh, nicht von der Pfeil. Ja, nun komm hoch da. Ja, Pfeil macht wieder langsamer. Besser ist das, glaube ich. Der fällt runter. Oder müssen wir bloß rauslaufen? Äh, entkommen mit deinen Verbündeten. Okay. Ja. Deck mir den Rücken. Äh. Geht. Äh, lauf. So. Okay. Entschuldigung. Nicht mit mir. Nee, mit mir auch nicht. Bist du aus der Puste? Ich doch nicht, so. Aber ich glaube, wir können raus, ne? Wir können uns noch ein bisschen austoben. Ja. Ey. Okay. Hihihi. Wo war noch einer? Da oben? Wer, 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 wer? Hä? Hä? Ja, bin doch schon hier. Macht's halt, du Mortale. Ich glaube, alle kriegen wir nicht getötet, ne? Hä? Ja, wir sollen ja, wir sollen ja in den Korb, kommen wir in den Korb machen. Wir haben ja alle besiegt. Naja, nicht alle besiegt, aber wir haben ja alle... Wir brauchen hier keinen weiter beschützen. Ach, das war doch, ach, relativ... easy, sag ich mal. Aber ich denke mal, wenn man... Sie fallen zurück. Sie haben aufgegeben. Aber ich denke mal, wenn man, äh... so die Story durchspielt, ohne großartig neben Quests zu machen, oder so, Aufgaben... dann hat man doch Schwierigkeiten, hier durchzukommen. Würde ich mal behaupten. So, komm, wir gehen jetzt mal in. Im Kommentarvermünden... haben wir, sind wir. Hoho! Aber es fehlt zwar, wenn man ein bisschen stärker ist. Da kann man schön weghauen an die Leute. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Hm... Weitor. Er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Na gut. Ja, wir sollen hier noch... Wo ist er überhaupt? Ist er jetzt gestorben, oder... Ich mach mal hier... ein Cut, ne? Also, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr wieder einschalten. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und dann... empfehlt mich gerne weiter. Bis dann, euer Terra. Tschaui.